Ich geb dir schon mal Erde, ne? Ähm, in Richtung, warte mal, ich hab glaub ich den einen Ring gemacht, ähm, wenn nicht, füll einfach den Ring nochmal aus und komm mal. Ähm, ich brauch erst mal Essen. Ich hab Essen hier, komm, da. Wo, 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 wo? Hier liegt. Erde, Kies? Da hinten liegt Essen. Ah, gut. Da hinten liegt Essen. Ah, das muss ich irgendwann mal verbessern. Boah, scheiße, wie viel kostet denn das, wenn ich das verbessern will, meine Fresse. Hab ich noch gar nicht nachgecheckt. Ein, 20. Ähm, wie schon gesagt, das Problem ist zur Zeit, dass ich eben, naja, nicht schlafen kann, weil es nicht Nacht ist. Ja, ich muss mir jetzt auch ne, 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 Eisenrüstung machen. Das Geil ist. Kubi hat keinen Bock mehr. Ja, ist mir scheißegal. John hat halt, äh, jetzt kein Equip mehr, war? Kein, kein Eisen. Ja, meine Equip ist hier, plus die 53 Dias. 53? Ja, das sind der ihre. Hm, nice. Na komm, zieh mal noch Hosen an. Ähm, hast du ein wenig Eisen? Boah, komm, ist mir scheißegal. Ja, ich nehm, ich nehm einfach Gold, weißt du. Ich hab noch fünf Eisen. Jetzt mal einfach, ähm. Wir müssen echt demnächst mal wieder Eisenfarben gehen, ne? Ich zieh keine Rüstung an, ganz ehrlich, weil wenn ich runterfalle, ist ich weg. Ja, stimmt eigentlich. Die müssen erst mal hochkommen, irgendwie mit hochbauen und so weiter. Wenn sie das machen, dann wär eigentlich nur ein Bogen irgendwie schnell erreichbar, nicht schlecht. Ich hab'n Bogen hier mit Pfeilen. Willst du einen haben? Noch einen? Ja, ja, bitte. Ein einfacher Bogen reicht sich hier. Weil... Äh, ich hab, ja, ich hab' einfach, warte mal. Da. Habe ich nur noch Pfeile, habe ich auch noch Pfeile? Ähm, ich glaube, ich geh kurz mal runter und platziere ne Ender-Chest irgendwo anders. Du hast ja irgendwo voll viele Pfeile gehabt. Ich hab' die Map jetzt gar mal vergrößert. Hattest du nicht irgendwo sauviele Pfeile? Nee, ich glaub' nicht. Oder hat die mir einfach mal alle gegrieft? Kann sein. Weil ich hab' keine Pfeile mehr. Heiß im Glas, ich kann dich mal schießen! Damit Erde bauen kann, mach' ich mein Diamant-Equip einfach rein, ne? Ist eine weise Entscheidung. Ähm, hol. Weißt du, was ich jetzt heftig finde? Jetzt gammeln die da drüben rum. Ja, die haben nix zu tun einfach. Überhaupt nix. Ja, weißt du, wir bauen hier so ne fette Insel? Ich find' das vollkommen nicht okay. Ne, da will ich auch nicht angezeigt werden. Man sollte es einstellen können, dass man sozusagen nur für bestimmte Leute sichtbar ist. Ja. Wie passt denn, wir beide nur sichtbar sind? Ey! Jetzt wird gar keiner mehr sichtbar sein. Das find' ich doof. So, ja, jetzt sind alle alle unsichtbar. Außer keiner, aber jetzt auch gleich. Das ist blöd, weißt du, hab' ich hier mit dem Mini-Map extra offen hier. Und die bringt mir nix. Ja, du hast die Map eben, aber die bringt eben nix, weil wirklich sonst... Der Vorteil ist halt nur... Scheiße, Alter. Das könnte man nachher mit Tiberius kurz besprechen. Dass sozusagen Leute, die häufiger Leute töten, wirklich angezeigt werden. Als Strafe, weil dann kann man sie in Sicherheit bringen. Warte, ich brauch' keine Hose. Doch, brauch' ich. Boah, ich bin so stylish, Alter. Ich hab' goldene Hosen, ey. Ich wiederhole mein Anliegen. Könntest du mir bitte Pfeile geben? Danke. Sind zwar nicht viele, ne? Neun reichen mir. Drei Schuss pro Person. Also, da jetzt offiziell wir das einzigste Problem haben, wir sind auf unserer Insel. Also, auf deiner insgesamt. Wenn die jetzt kommen sollten, wissen wir das nicht. Ich guck mal, ob ich noch Flint hab. Hm. Nee. Man sollte so eine Ender-Chest wirklich noch ausweiten können. So mit einzelnen Clouds und so weiter. Ich kann noch, ich kann noch ein wenig, ähm, Ding machen. Ähm, Erde hab' ich hier genug. Ja, wenn ich noch mal Erde farben geh, dann sag' ich dir Bescheid, ne? Dann... Du brauchst dann nie wieder Erde farben gehen. Ja, doch, noch bestimmt. Das ist wenig, das wir haben. Ah, Crafting Table, wo bist du? Federn. Flint. Andersrum. Ich hab' jetzt 49 Pfeile, ich kann dir noch ein wenig geben. Ja, ja, bitte, 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 bitte. Okay. Also, müsste ungefähr passen. Ja, weißt du, schlimmstenfalls hab' ich noch einen Unendlichkeitsbogen. Brauch' ich nur einen Pfeil für. Hast du grad... Der Sound ist grad so eklavt nachgeleckt. Ja, gell, bei mir auch. Haben wir Sand? Ja, ich hab' Sand. Bullshit-Kiste. Wo ist die Bullshit-Kiste? Hier ist die Bullshit-Kiste. Wuuuuh! Ahhhh... Oh, jetzt hab' ich mal ganzes Knie gebrochen, weil ich aufgestammt bin. Kann sein. Autsch. Das ist gut. Aber auf jeden Fall spawn' ich jetzt wieder hier. Nächste, mit mir ist schon viel geiler. Blut, Blut, überall. Den hat den... Ah, mein Herz hat dem never wehgetan. Hat keinen Bock mehr. Ist wieder da, leider. Achso, das ist, ähm... Ja. Ciao. Äh, Kalle ist eh nicht lang da. Der ist jetzt offiziell weg. Ja. Und ich hab' schon wieder keine Musik an. Oh! Boah, Alter, jetzt ist nur noch Kubi da, ne? Und ich hab' noch acht... Ich hab' noch ein paar Diamanten übrig. Äh, 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 acht... Äh, 29 Stück. Wenn jetzt Ding... Wenn jetzt, äh... Ach genau, ich wollt' noch ne Falle aufstellen, ne? Ich hatte voll... Ich hatte so die Idee, weißt du? Wir bauen mit Pisten so extra so'n Teil so. Dass wenn die da langlau... Äh, dass wenn die in so'n bestimmtes Teil reinlaufen... Von deinem Haus zum Beispiel. So, zum Beispiel in den Keller irgendwo rein. Ähm, dass sich dann halt so ne Falle ergibt, wo die dann runterfallen und dann eben TNT explodiert. Irgendwie sowas. Ja gut, dann würd' ich mal sagen, kleben wir ein wenig, ähm... Boah, ich war jetzt nur hier nur um Kisten sortieren und rumlabern, ne? Ich glaub, es war mindestens 15 Minuten. Das ist eine... Eine schöne Folge, nur, nur dummes Kisten sortieren und rumlabern. Da freuen sich die Zuschauer. Ne? Boah, ich hab so'n Mega-Orbum von Traum, ne? Das Lied von Crow. Mhm. Ich find das echt gut, also, möcht ich echt sagen. So, so voll ernsthaft. Hofft. Also, ich hör grad Ferry-Tale-Musik. Okay. Ferry-Tale-Beste! Ja. Ich brauch mal ein Lautstärke-Mixer. Ähm, ich baue mal einfach... Ähm, willst du die Sachen ausfüllen und ich baue, ähm, um drum? Ja, das ist leichter, weil du weißt ja, wie es sein soll. Ich muss ja nur ausfüllen können. Ja, eben, gut. Ich mach da mal halt n... Ja, weil, dann mach ich so, dann baue ich einfach mal alle, ähm, alle um-drum-Schichten und füll die nicht aus und dann füllen wir die irgendwann später zusammen dann aus. Ich glaub, wir müssen auch, wir müssen auch bestimmt noch zweimal oder dreimal, äh, zweimal nochmal Erde farmen gehen. Ich will nämlich Nils sein Haus schweben sehen. Ernsthaft. Ich, das, das, das will ich, das will ich in der, äh, auf jeden Fall noch bringen. Vielleicht nicht viel... Wow, 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 scheiße! Fuck! Blut, Blut überall. Das ist verständlich. Ich bin grad einfach runtergefallen, hab mein Bogen weg. Ähm, ich lass mal Wasser runter, okay? Lass am... Oder, wo machst du? Ach, ganz normal, hier beim Dings. Da, ganz runter. Juhu! Ähm, ich werf den Eimer einfach hierhin vor die Tür, okay? Dann kannst du dann einfach den... Lol. Ah. Ähm, dann kannst du dann einfach, ähm, wieder hier den... Wasser-Spawner wegmachen, okay? Jaja. Dann ist gut. Schmeiß ihn nicht hin, schmeiß ihn in ne Kiste, ist blüger. Ne, ich hab ihn vor die Tür gelegt. Er bleibt fünf Minuten da, fünf Minuten brauchst du nicht. Okay. Alter, mein... Mein Inventar ist so voller... voller Erde. Ich hab... Ich hab im Schmutz gebadet, weißt du? Du Schmutzfink. Uh. Oh mein Gott, so eine schlimme Beleidigung. Das geht ja gar nicht. Boah, aber alter, Can-Hei, endlich, äh, endlich kein, kein Enchant-Assist-Dia-Zeug mehr. 100 pro Sicherheits gehen, die irgendwie irgendwas machen. So, in der Richtung, ähm, Level-Farming oder sowas. Er weiß, was er gemacht hat, der ist in unsere Hühner-Farmen reingegangen. Und? Einfach alles gekillt. Alle Hühner. So gut wie alle. Alle Hühner. So gut wie alle. Okay, warte, das, 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 äh, das seh ich mir an. Weil er Level-Brauch für... Wenn er, wenn er das gemacht hat, dann brennt sein Haus. Ähm, soll ich den wieder wegmachen? Ne, ne, noch nicht. Jetzt hat er den Schreck gemacht. Gut, dass ich blitzschneller Reflex hab. Moment, 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 Moment. Warte, 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 warte. Moment. Nimm den Eimer mit. Ja, wirf runter. Ist schon unten. Also ich fülle mal eine Zwischenarbeiter aus. Also ich hab jetzt gerade eine Karotte gedroppt, ne? Ist Can eigentlich noch da? Ja, Can ist auch noch da. Tot. Weißt du, ähm, ich muss meine Rüstung noch verbessern, weil die, die alte, äh, chertete Rüstung, die ist, ähm, boah, ich muss schon sagen, die hab ich so, ich hab, ich hab dann halt echt so, der hat halt irgendwie nicht richtig zugeschlagen oder vergessen, die Waffe zu wechseln oder irgendwie sowas. Dann hab ich halt dann, ich hab noch ein Herz, ne, er hätte mich einfach geschlagen müssen, ne? Aber er hat mich halt nicht geschlagen, weil er halt irgendwie, keine Ahnung was hatte. Er hält sich selbst für einen sweeten Reu. Der hat, äh, wenn er, er hat alle, ernsthaft alle Hühner getötet. Okay. Gut, Leute, ähm, ihr seht jetzt gleich, wie ein Haus brennen wird. Du weißt schon, dass ein Haus größtenteils nicht aus Holz besteht, außer der Boden. Ich nehm, ne, TNT kann ich nicht mitnehmen, oder? Ja, egal, komm. Das ist mir jetzt egal. Wenn er hier einfach alle meine Hühner tötet, dann, und, ähm, noch dazu alle vom, alle, äh, Eier weg, ne? Und ich war nicht mal da, also es war noch, noch dazu mein Eigentum. Und ich war nicht mal, nicht mal online. Und das Schlimme ist, der hat mich hinterher noch mit den Eiern die ganze Zeit beworfen. Gut, dann ist mir jetzt, dann rech ich mich dafür einfach mal, unsichtbar. Jetzt würde ich aber gern wissen, TNT, äh, Zerstörtblöcke, das haben wir ja schon getestet, okay. Ja, ja, ja. Dann tut's mir leid für Can sein Haus, aber das ist mir jetzt, Bums. Einfach mal wirklich scheißegal. Mach Redstone-Fackeln, die gehen schneller. Nö, ich hab ein Feuerzeug. Oder das. Ey, sowas brauch ich mir hier nicht, äh, weißt du, ich bin nicht mal online, ne? Kann ich eigentlich jetzt? Ne, schade. Ich hab sogar mein, mein gutes Recht zu grieffen jetzt. Ich leg die Erde mal rein, baust du mein, äh, die Erdinsel weiter? Oh, ich hab den Eimer nicht. Ich hab den Eimer nicht. Was? Ne, ich war womöglich schon voll. Lol. Ja gut, dann, äh, nehmen wir einen von den anderen sechs Eimern, den ich hab. Ähm. Dann mach ich den Wasserspawner einfach gleich weg und werf dann, ähm, einfach alles, äh. Wo ist denn das Dreck, wo ist denn der Dreck? Äh, in der Dreckkiste. Aha. So, so, was brauch ich, ein Feuerzeug? Ach ja. Also mit sowas, weißt du, nicht mal, wenn, wenn man nicht mal, wenn die einer nicht mal online ist und danach kommt man und grieft man, sowas, damit komm ich echt nicht klar. Na, Feuerzeug, nehm ich mal, ich nehm mal nur fünf TNT mit, weil Hühner jetzt nicht so schlimm sind. Okay, vier TNT. Frohn getötetes Huhn, zweieinhalb TNT. Alter. Weißt du, wie viele Hühner das waren? Ja, das ist nicht so, Punkt. Ähm, falsche Richtung. Aber oben in der, in der, oben in der Erdekiste ist auch noch Erde, ne? Ja, ja. Also ich hab, ich hab echt reichlich gefarmt. Grüne Erde. Und grüne Erde ist ekelhaft. Heute war ja Wahltag, hast du auch gewählt? Ich war im Wahlvorstand, deswegen hab ich auch so eine schlechte Laune. Ach so. Weil das stundenlang mehr gedauert hat, als es eigentlich... Was machen die denn da bitte bei der Insel? Bauen die da jetzt in so einen fetten Prolloturm oder was? Die bauen da Kies an oder was? Bei wem? Bei denen. Ach, das siehst du ja, gell? Ja, ich hab ja die Map immer noch offen, weil... Bringt schon noch ein bisschen was, weil... Ja, komm, ich öffne meine auch grad mal. Man sieht ja, was die anderen machen und somit ist es schon irgendwie... Ja, stimmt auch wieder. Man kann da gut ran, so mit der 3D-Ansicht, ne? Ich find das mega gut gemacht. Gut, ich bin auf dem Weg zum Kriegspfad. Du bist auf dem Weg nach Vertania City. Hey! Wir müssen hier erstmal Browser öffnen drüben. Ja, Leute, nicht wundern, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Mal gegen die Wände lauf. Ich muss immer einfach am Ding am Wasser langlaufen, gell? Ja, okay.